Leute, 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 es geht weiter. Wir kommen zurück zu Let's Play Half-Life 2. Geh dort, nicht dort. Da kommst du nicht durch. Ja, das denkst auch nur du. Ich glaub, mein Schwein. Ich glaube, er möchte, dass du durchgehst, Gordon. Beeil dich. Und wenn du Breen triffst, sag ihm das von mir. Leck mich. Leck mich, okay. Gut, dann gehen wir mal durch. Und schauen, was uns erwartet. Ich denke, das kann nicht mehr lange dauern hier. Unsere Wohltäter. Leute, ich weiß ja nicht, was ihr denkt, was ich bin. Aber ich bin kein Supermann. Ich kann hier probieren, noch irgendwie runterzukraxeln. Naja, hier ist noch schlechter. Einfach mal rüber springen. Okay, ich hätte nicht mal gedacht, dass ich jetzt überlebe hier. Adieu. Okay, hier kann ich nirgendwo hin. Ich kann quasi nur hier drauf springen. Aber von hier Gibt es keinen Weg, den ich nehmen könnte. Obwohl ich kann. Das klappt leider nicht, okay. Okay, aber der Weg ist schon mal richtig gewesen. Beziehungsweise nicht ganz falsch. Schau mal, guck. Hier komme ich her. Das sieht gut aus. Aber wohin jetzt? Hier hoch, okay. Ist ein bisschen dunkel gewesen. Da sieht man nicht immer alles direkt. Ich sollte ein bisschen aufpassen, wo ich hier hin tapse. Aber hier sieht es eigentlich gerade ganz in Ordnung aus. Okay, hier geht es nicht weiter. Ich bekomme gerade etwas Angst. Warum ich hier auch immer Angst bekomme. Das sieht doch nach einem ganz normalen Level aus. Wie man das so sagen darf. Also ich fühle mich hier gerade auch so ein bisschen wie ein Portal. Mit einer großen, äh... Mit einem großen Raum. Ich fühle mich nur, dass hier gleich irgendwelche Tests mit mir gemacht werden. Oh ja, dieses Gefühl wird gerade noch stärker. Hier werden Turrets hergestellt, okay. Okay, hier komme ich auf jeden Fall nicht drüber. Was mache ich dann jetzt hier? Wir müssen mir ja bringen, hier rüber zu kommen. Moment, ich will mich da richtig hinsetzen, damit ich hier heute richtig was sehe. Also richtig, richtig. Ich nehme mir das Spiel ja im Fenstermodus auf. Gibt es hier hinten echt nichts? Hier hinten gibt es echt nichts. Das Interessante wäre halt hier hin zu kommen. Ich muss mich einfach irgendwie... Ah, okay Sehr gut Sieht sogar richtig aus Das sieht sogar richtig aus Ich werde ins Weiße gezogen Lade Daten Okay Oh, 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 oh Wir sind glaube ich im Kern des Ganzen jetzt Sieht echt schon mega gut aus hier Aber hier jetzt runterfallen wäre glaube ich Sehr blöd Ich glaube auf der Brücke werde ich abgelassen Ja, hoffentlich nicht Haha, okay Oh mein Gott, okay Was ist das alles, okay Was machen die hier um Himmels willen Möchte ich wissen, was die hier mit den Leuten machen? Okay Okay Das ist auf jeden Fall unglaublich beeindruckend Hier komme ich jetzt hoch Das sieht ja schon fast so aus, als wenn die irgendwas wissen würden Die bereiten sich auf jeden Fall vor Hier wird verarbeitet Anirgendwas Und für mich nicht näher identifizierbare Individuen Oh, ein Tschü-Tschü-Bahn Tschü-Tschü Das geht nach oben Okay Wo führt der Weg mich noch hin? Ich wollte gerade sagen Hier sieht es aus, als wenn man nicht von hier aus irgendwo hinlaufen könnte Aber nein, er führt mich noch weiter Gut Bis zum nächsten Part Und dann werden wir uns hier umschauen Danke Ja, danke Ja, tschüssi